Hallihallo Hallöchen und da sind wir auch wieder bei Paradise Bay Ernteaufgabe Schmiedeaufgabe 2 fertig gesteckt ja kriegen wir hin glaube ich glaube ich ist voll sind wir etwa wir sind voll wir sind voll Moment, 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 Moment Momentchen Popinchen, so Glas, Glas, so genau da haben wir ja, zack, handeln, cool, danke Handelsmeister So ein bisschen Punkte sammeln hier, Punkte farmen Ja, ok, sollten wir auch hinkriegen So, können wir das mal wegschneiden hier, das stört mich ja schon die ganze Zeit So, was können wir denn noch hier, das können wir auch noch weghauen hier Wir müssen mal ein bisschen hier größer werden Entschuldigung, dass ich ein bisschen so komisch spreche, ich spreche total durch die Nase, ich bin total erkältet Total erkältet, das ist nicht mehr schön So, lalalalalalalalalalalalalala, zack, oh, und zwei Schlüssel Super, jetzt sind wir natürlich wieder voll, das gibt's doch nicht Das gibt's doch nicht Zack Ich werde jetzt hier einfach alles vertellen, ja Alles verkloppen Alles verkloppen, du immer Alles So Achso, wir haben gar keine Eimer mehr, alles klar Alles klar, keine Eimer mehr da Zack Dann machen wir ein paar Eimer Eimer So Flup, 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 flup Flup, 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 flup Ach, geht ja auch da nicht Stimmt Liegt ja auch Platz Ne Liegt ja auch Platz Ja, ja, ich hab's verstanden So, zack Ich glaub mit dem Stimmen nachmachen, da komm ich heute nicht so gut hin Oh, ist eigentlich Lärm Nochmal So, pennt Alles super Pennt ist super Können wir, können wir nicht Aber Können wir auch nicht Ja, dann, äh, was machen wir denn da So, genau Ja, hier Kaufen Oh Und noch einmal Kaufen Oh Haben wir da Ja Mitnehmen Mitnehmen Wurde dein Baum Wurde mich hinzugefügt Ich hab ein Schweinchen Ein Schweinchen Ein Schweinchen Ein Schweinchen Achso, da Zum Glück überhaupt nicht übertrieben groß Was soll ich denn da hinstellen Ich Hab da Ja Oh Ist das tschüss Hä Oh Gott Schon müde? Das gibt's aber auch nicht Das gibt's aber auch nicht Alter Ja Zack Zapp, 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 zapp Zack, zack, zack Wat ein Hühlerkack Haha So Das hätt ich ja gerne Das, was ich eigentlich gerne hätte Würde ich mal kriegen Das gibt's doch nicht, ey So Lalalalalala Besucherabstand Yes Vier Stück Cool So Ähm Der Karten-Dealer Einmal ein Karten-Dealer Er hat gar nichts für uns Das ist Sehr schlecht Haben wir denn hier was für uns? Ja, das ist blöd Ähm Moment, ich muss mal niesen Moment So ein Mist Mit der Erkältung Ich schwör's Das ist echt Mega blöd Miesen Rotzen Alles Gibt's gar nicht So Voll erkältet Das gibt's gar nicht, ey So Ah Haben wir schon mal fertig Mit Höre Da, 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 da Da, da, da Da, da, da So Lulululululululul So, ich würde gerne ein paar Freunde besuchen und da deren Tiere füttern. Das fände ich ganz phänomenal. Ich gebe nicht mehr Punkte. Dann hätten wir hier auch ein bisschen wieder was freier. Hier machen wir alles bei der Natti hier. Füttern, füttern, füttern. Hier haben wir auch nochmal einen Viech von der Da sind wir aber schon wieder bei über 3000 Sternchen. Da kriegst du ein Sternchen für. Moment. Und bei der Madeleine. Machen wir auch bei Madeleine? Madeleine. Ich bin eine Sternegeile. Achso, hier. Muschel. Was ist denn das? Aha. Das hat ja ein Zeichen. So, mal. Mal auf, rumzuhülpsen hier. Das ist ja eine Sauerei. Der Panda wäre so süß. Ich will denn auch. Düh. So. Zack, 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 zack. So, auch nochmal. Super. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich die Stimmen so hinbekomme, äh, wie ich die sonst immer vorlese. Ist ein bisschen halt, ähm, ne? Mit der Stimme ein bisschen, ein bisschen blöde. Wenn man erkältet ist, dann klappt das nicht immer so, wie man sich das vorstellt. So ist das nun mal. Ähm, ja, komm. So. Versuche es einfach mal. Er scheint, als mein Bruder, nachdem ich offensichtlich für tot erklärt wurde, mein Vermögen gehabt. Oh je. Ich verstehe also nichts. Wir verstehen uns blendend. Das ist der ausgezeichnete Mann, den ich kenne. So ein wunderbarer Mann. und er hat alles für einen guten Zweck gespendet. Jetzt kann ich natürlich nicht einfach alles zurückverlangen. Ich muss wieder arbeiten gehen. Schnell. Hilf mir beim Handeln. Was will die denn handeln? Was will die? Flaschen. Sechs Stück. Ja, gut. Das war eh gerade Glas holen wir heute. Was brauchen die denn nochmal für Flaschen? Flaschen brauchen wir mal zwei. Das heißt, wir müssen nochmal ein paar Kürbel herstellen, ne? Ja. Wurde ich glatt sagen. Lalalala. 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 Sollte man die Folge natürlich nicht unbedingt irgendwas mit tot nennen. Das wäre ganz blöd bei Facebook. Äh, bei Facebook. Quatsch. Bei YouTube. Sag ich schon Facebook. Sogar nicht. Was fällt mir denn ein? Ja komm, hier. Nimm doch. Geh hin und nimm noch. Wer war denn das mit der Schokolade? Ach, die. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Da war da was. Lalalala. Lalalala. Ich glaube von der Wolle sollte man nicht mehr so viel herstellen. Ach, jetzt habe ich auch noch falsch. Bäh. Dann machen wir den Reis eben hier hin. Ist ja kein Thema. So, Reis dahin. Lalalala. Level 1.4 sehen wir schon. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Schön mit anzusehen. So, gesammelt. 40.000. Achso. 80.000. Das ist doch fast nix. 45.000. Achso, es müsste da frei sein. Aha. Okay. Lalalala. Gehen wir mal hier hin. Alter. Was ist denn hier los? Toll. Zack. Na toll. Was soll ich denn hier nehmen? Ich habe keinen Hammer mehr. Ist doch doof. Räum ihn die Insel. Er ist frei. Würde ich ja, aber... Ich habe nichts zum Freiräumen. Na, Huhn, wir können uns ein paar Hammer kaufen. Hammer, Hammer, Hammer. Hammer in the morning. So, 100. 100. 100. 100. Mit dem Sprengstoff kann ich ja nix machen hier. Hä? So. Ah, ein Schalüssel. Was ist ein Schalüssel da? Achso. Ne. Ah. Er schmuckt. Er schmuckt. Er schmuckt, er schmuckt, er schmuckt. Tudu. Neues Artefakt. Oder Relikt. Relikt heißt das ja. Das heißt ja gar nicht Artefakt. Das heißt ja Relikt. Ein Relikt. Ja gut, mit dem sind wir schon auf maximale Level. Bei dem sind wir ja schon auf Maximum. So. Ja, viel haben wir jetzt hier nicht geschafft. Das ist doof. Ja. Ein paar Tierchen. Und so weiter. Achso, guck mal. Da ist ja eine Truhe. Eine Treppenstufe fehlt uns noch. Ah, Mann. Eine. Eine ist besser als keine. Ja. Keine wäre mir lieber. Aber keine mehr benötigen. Was ist das denn hier? Erhalte 50% mehr Gold für neue Anfragen vom Handelsgeneral. Da ist ja schon da angewiesen. Aha. So, zwei Minuten. Und dann könnte man eigentlich hier mal eben noch, ne? So ein bisschen. Nein. Fehlt noch was. Ah, alles klar. Entschuldigung. Ananas. Kriegen wir die zusammen? Ja, ich denke. So. Haben wir halt nur eine Ananas. Aber die können wir ja... Über verdoppeln. Weißt du. No, 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 no. Oh. Mann. So. Das ist mir zu teuer. Blumen. Palme. Noch ein Gazir? Ein Gazir. So. Er speit Feuer. Alles klar. Haut rein. Haut rein. Du 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 du. Du du du. Können ja mal ein bisschen hier so ein bisschen von dem Pulver hier verkaufen. Bombolle heißt das Zeus. So zehn Stück, das sollte ja wohl möglich sein. Und dann holen wir dafür Bambus. Bambus. Bambusen. Bambus, Bambusen. Es ist der Bambus. Bambusen. Bambusen. So Freunde. So. Was kriegen wir dafür? Eine Schere. Na gut. Freunde, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich mach da mal nicht ganz so lange. Wir sind ja eh schon wieder bei fast 20 Minuten. Aber, äh, hat ja eh keinen Sinn, sag ich mal. Weil, äh, hier dauert's ein bisschen jetzt. Und da das, äh, unendlich in die Länge zu ziehen, das, äh, wollen wir ja auch nicht. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank und, äh, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ihr denn wollt. Aber wisst ihr was? Das kaufen wir uns noch eben. Das kaufen wir uns noch mal eben. Oh, du meinst dir da her. Die Insel, äh, oder das Stück La-ha-ha-hand. Das wollte ich noch mal eben haben. Das wollte ich noch haben. Tada! So, und dann sag ich jetzt damit Tschüssi und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!